Grundsätzlich kann man auch mit dunkleren Hauttönen ein Tattoo haben. Die Frage ist allerdings, was schaut mit welcher Haut und mit welchem Hautton am besten aus. Bei hellen Hautfarben ist es natürlich so, dass die Farben bei Color Tattoos auch kräftiger wirken. Das heißt, ihr habt mehr Auswahl im Prinzip. Bei hellbraunen Hauttönen ist es aber immer noch möglich, mit Farbe zu stechen. Es wirkt allerdings alles ein bisschen dunkler. Also auch die Farbtöne wirken dunkler. Bei sehr dunklen Hauttönen macht es Sinn, schwarze, kräftige Farbe zu benutzen. Das heißt zum Beispiel Tribals oder Maori in dem Stil mit wenig bunten Farben.